Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen im Gambler Store. Freut mich sehr, dass ihr reinklickt. Heute gibt es ein Video zum Thema RFID-Pokertische, Livestreaming-Pokertische. Wie sowas funktioniert und natürlich auch, was kostet was. Los geht's! Ja, das, was wir anbieten, das ist eine integrierte Lösung. Die besteht aus unterschiedlichen Komponenten und diese zusammengeführt produzieren einen Livestream, entweder live oder auch zeitverzögert aus Sicherheitsgründen. Man kann es mit Operator betreuen. Das hat den Vorteil, dass ich meine Chip-Counts auch im Overlay drin habe. Das System funktioniert aber auch automatisch über den Auto-Tracker, sodass die Kameras selbstständig umschalten auf die nächsten Spieler. Schauen wir uns die einzelnen Komponenten mal an. Fangen wir mal beim Spieltisch an. Den bauen wir selbst in unserer Schreinerei, und zwar genau in der Größe, wie ihr den gerne haben möchtet. Also kleine Tische, 240, 6-handed oder 8-handed, bis hin zu großen Tischen. Das Ganze natürlich mit den Ausfräsungen für die RFID-Hardware, die wir dann später am Tisch verbauen. Und natürlich mit einem individuell gedruckten Spieltuch mit eurem Logo oder Logo von Sponsoren. Die zweite Komponente ist dann der PC. Wir brauchen ein Windows-System ab der Version 7 Pro. Da sollte man auch nicht so geizig sein. SSD-Festplatten wären schon schick. Man sollte eine schnelle Grafikkarte haben und auch der Prozessor sollte ordentlich Wumms haben. Wir verarbeiten letztlich vier oder sogar mehr Videosignale parallel. Kommen wir zu den Kameras. Unser Standard-Setup ist eigentlich vier Kameras. Das heißt, ich habe drei Kameras, die auf jeweils zwei oder drei oder einmal auch vier Spieler gerichtet sind. Und ich habe eine Flopcam, die von oben über dem Tisch befestigt wird. Kommen wir mal zum Herzstück. Das ist die RFID-Hardware und die dazugehörige Software. Wie funktioniert sowas eigentlich? Vereinfacht gesprochen habe ich drei Teile. Zentral ist der Multiplex-Reader. An den werden die Antennen angeschlossen. Und ich habe RFID-Spielkarten, die einen Transponder eingelassen haben. Der Multiplex-Reader fragt permanent seine Antennen ab. In der Sekunde, wo ich eine Spielkarte über die Antenne ziehe, erkennt das System den Transponder und zeigt die dazugehörige Spielkarte im Overlay an. In dem zentralen Reader-System sind auch zwei Antennen integriert, die dann später für Flop, Turn & River die Karten auslesen. Und die Software. Wir nutzen PokerGFX. Das ist eine Software, die in Australien entwickelt worden ist. Die ist auch schon lange auf dem Markt, seit 2011. Und ist auch eine sehr charmante Software. Also man kann in der Grundversion eigentlich alles machen, um einen wirklich schicken, auch optisch schönen Livestream zu produzieren. Darüber hinaus gibt es die Pro-Version von PokerGFX, die auf der einen Seite mehr Spiele kann, also nicht nur Omaha und Hold'em. Auf der anderen Seite ist sie aber ausgelegt auf die Bedürfnisse, die eine typische Produktionsfirma eben hat. Das beginnt bei den Skins, also bei den grafischen Overlays, die man eben ziemlich frei gestalten kann. Das geht weiter über ein Kommentator-Tool. Da kriege ich eine Datenbank angezeigt über Statistiken von Spielern und von den Spielen. Das ist ziemlich nützlich für den Kommentator, denn wenn ein Spieler mal wieder drei, vier Minuten tankt, was erzählst du dann deinen Zuschauern? Und da ist es natürlich schön, wenn ich aus der Datenbank sagen kann, ja, dieser Spieler, der spielt nur acht Prozent seiner Hände, ist ein tighter Spieler. Einfach additive Informationen unseren Zuschauern weitergeben kann. Das ist jetzt aber nur ein ganz kleiner Überblick über die Pro-Version. Die hat noch ganz andere Features drin. Man muss aber auch dazu sagen, die Version kostet eine jährliche Lizenzgebühr. Das sind umgerechnet so etwa 1.150 Euro. Ja, die Software gilt als ausgereift. Damit werden auch große Produktionen gemacht, zum Beispiel die Asian Poker-Tour. Bellagio on the Strip wird damit produziert. Die Aussie Million und noch eine ganze Reihe von anderen großen Poker-Turnieren. Die meistgestellte Frage, was kostet das? Und es wird mehr als 40 Euro sein. Fangen wir mal beim Pokertisch an. Das wird so bei gut 2.000 Euro beginnen und bei maximal 4.000 bis 5.000 Euro enden. Das hängt davon ab, wie groß der Tisch ist. Also habe ich einen 2.40, 2.50 Tisch mit 6- oder 8-Handed. Oder baue ich einen 3-Meter-Tisch für 10 Spieler plus Dealer. Es ist davon abhängig, wie dick sind die Platten, wie massiv ist das Untergestell. Manche Kunden wollen eine Skyrail haben. Das heißt, meine Armauflage wird höher. Dann habe ich Innenfläche zum Beispiel für Sponsoren oder ich kann innen auch LED-Plexiglas verbauen und das von innen beleuchten. Und das Ganze soll dann natürlich auch individuell mit einem Spieltuch versehen werden, mit euren Logos oder mit dem Sponsoren-Logo. Und das muss man einfach individuell kalkulieren. Schauen wir uns mal den PC an. Der kostet irgendwo zwischen 0 Euro, weil ihr habt schon einen schnellen Windows-Computer zu Hause. Bis hin zu, wenn man sich den bauen lässt, 2.000, 3.000 Euro. Dann hat man natürlich auch ein höllenschnelles und Rock-Solid-System. Kameras. Tja, da ist die Bandbreite natürlich richtig dick. Man kann kleine Webcams einsetzen. Die kriegt man wahrscheinlich unter 100 Euro. Vier Kameras, 400 Euro. Plus Zubehörkabel. Man kann Production-Cams hernehmen. Die gibt es nicht nur von Sony, sondern von VVC, von Panasonic, anderen Herstellern. Das fängt so an bei roundabout 2.500 Euro. Vier Kameras, 10.000 Euro. Es gibt aber auch eine Zwischenlösung. Und das sind die kleinen Camcorders. Da gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die man beachten muss. Das Ding muss mit Netzteil laufen. Nur Akkubetrieb funktioniert nicht. Die Akkus werden nicht lange laufen. Das Ding wird sich irgendwann abschalten. Das zweite ist, sie dürfen sich nicht automatisch abschalten. Das ist echt tricky. Viele Handycams schalten sich tatsächlich nach mehreren Stunden automatisch ab. Irgendwie müssen die Kamerasignale in den Computer reinkommen. Entweder HDMI oder SDI. Diese Capture-Karten kosten in etwa 450 Euro. Ja, RFID-Hard- und Software. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Spieler man hat. Habe ich einen kleineren Tisch, 8-Handed, 8 Antennen plus MAC-Antenne, 9 Antennen. Dann kostet das System in etwa 2.100 Euro, inklusive Luftfracht und Verzollung und einen für Umsatzsteuer. Habe ich ein großes System, 10 Spieler, Doppelantenne, ideal dann für Omaha. Dann bin ich auf jeden Fall schon über 3.000 Euro. Wenn ich mir die Pro-Version gönnen möchte von der Software, dann muss ich nochmal etwa 1.150 Euro jährlich kalkulieren. Ja, was braucht man sonst noch? Kleinkram, Kabel, Adapter, Zubehör. Das ist nicht die Welt, aber so mit 200, 250 Euro sollte man schon mal kalkulieren. War es das schon? Ja und nein. Ihr könnt ja die Summe der Einzelteile kaufen und das ganze System bei euch eben selbst zusammenbauen. Das ist die Frage, kann man das? Und die Antwort ist, ja, warum nicht? Also Ärmel hochkrempeln und los geht's. Also ich bin ein mäßig begabter Techniker. Ich kenne mich jetzt in Kameratechnik ein bisschen aus. Ich denke mir immer, wenn ich es kann, dann können das ganz, ganz viele andere auch. Die zweite Option ist natürlich, wir bauen das System auf und kommen zu euch und bauen eben alles auf. Wir testen hier erst einmal vor Ort alle Komponenten, ob alles funktioniert, die Kabel, die Adapter etc. Dann laden wir das Ganze ein, kommen zu euch, zum Kunden, bauen das System entsprechend auf, testen das wieder durch und übergeben das System. Da kann man dann auch noch eine kleine Schulung vor Ort machen, damit ihr einfach schneller reinkommt in die Software. Ja und die Kosten dafür, das muss man halt mal schnell ausrechnen. Ja ihr Lieben, ihr habt durchgehalten, es ist ein langes Video geworden. Danke fürs Reinklicken, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, es hat euch auch ein bisschen was gebracht. Wenn ihr das mögt, was wir hier tun, dann dürft ihr diesen Kanal natürlich auch abonnieren, denn naja, ein paar Abos würden unserem kleinen, räudigen Kanal echt nicht schaden. In dem Sinne, euch eine gute Zeit, tschüss.